In den 1970er-Jahren genoss Charles Bronson innerhalb der Hollywood-Welt eine beispiellose Berühmtheit. Dieses ikonische Leuchtfeuer des Actionkinos prägte sich durch kühne Witzigkeiten und atemberaubende Taten ein, wobei er hinter seinem entschlossenen Blick eine Vergangenheit verbarg, die von unerbittlicher Brutalität geprägt war. Von bewegenden Anfängen bis hin zu beunruhigenden Skandalen verkörperte Bronson Härte sowohl auf als auch neben der Leinwand. Charles Dennis Buczynski kam am 3. November 2019 ein und zwanzig in der bescheidenen Umgebung von Ehrenfeld, Pennsylvania, zur Welt. Als so ein litauischer Einwanderer trat Bronson als elftes Kind in eine Schar von 15 Geschwistern ein. Erstaunlicherweise entglitt ihnen familiäres Glück und Bronsons Erinnerungen an seine frühen Jahre waren von dem instinktiven Bedürfnis geprägt, seinem Vater bei dessen Rückkehr nach Hause auszuweichen. Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass Charles Bronsons Herkunft vor dem Hintergrund einer düsteren Armut stattfand. Nach Bronsons Aussage griffen sie auf das Teilen von Socken mit seinen Geschwistern zurück und der Familienpatriarch griff verzweifelt dazu, ihren Kopf zu rasieren, um Läuse abzuwehren. Um ihre Schwierigkeiten zu verschärfen, war das einzige verfügbare Schuluniformstück für den jungen Bronson ein Hand-me-down-Kleid von einer seiner Schwestern. Die Bewältigung der Herausforderungen einer bedürftigen Kindheit in einer großen Familie und der Eintritt in die Arbeitswelt als Kind legten zweifellos einen immensen Stress auf Bronson. Diese tumultartige Erziehung wurde als wahrscheinlicher Katalysator für eine von Bronsons Schwächen zitiert. Er begann im zarten Alter von neun Jahren zu rauchen, eine Gewohnheit, die sein ganzes Leben anhielt und leider zu seinem letztendlichen Untergang beitrug. Als ob Bronsons Kindheitstragödien nicht schon schwer genug gewesen wären, traf ihn im Alter von zehn Jahren das Unglück des Todes seines Vaters. Doch die Prüfung des jungen Jungen hatte gerade erst begonnen. Dieser Verlust beraubte Bronson nicht nur eines Elternteils, sondern zwang ihn auch in die Kohleminen, in denen sein Vater gearbeitet hatte, um die Familie zu ernähren. Bronson widmete seine gesamte Jugend dem Schuften in den Kohleminen, begann als Kind mit Büroarbeit und stieg dann sofort in die Tiefen ab, sobald es das Alter erlaubte. Später enthüllte er, dass er für jede Tonne abgebauter Kohle einen mageren Dollar als Entschädigung erhielt. Im Jahr 1943 fand sich Bronson während des Zweiten Weltkriegs in die US-Truppen eingezogen. Trotz der Kontroversen um die Einberufung behauptete Bronson, dass dies die entscheidende Wende in seinem Leben war. Weg von der mühsamen Minenarbeit fand er Trost darin, gut ernährt und angemessen gekleidet zu sein, eine Neuheit in seinem Leben und eine Gelegenheit, seine Beherrschung der englischen Sprache zu verfeinern. Eine überraschende Offenbarung, in der Tat. Englisch war während seiner Erwachsenen Jahre nicht Bronsons Muttersprache. Seine Eltern unterhielten sich zu Hause auf Litauisch und er erlangte erst in seiner Jugend Englischkenntnisse. Trotz der gegen ihn gestapelten Chancen wurde Bronson der erste Higgs-Schul-Absolvent seiner Familie. Vielleicht war es diese durch die Not geschärfte Zähigkeit, die es ihm ermöglichte, Charaktere von unerschütterlicher Entschlossenheit zu verkörpern. Charles Bronsons Einstieg ins Schauspielgeschäft entwickelte sich zufällig. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er in einer Reihe von Gelegenheitsjobs, bis ihn eine glückliche Begegnung in Atlantic City dazu brachte, sich einer Gruppe von Schauspielern anzuschließen, die zunächst mit Bühnenmalerei betraut waren. Er fand eine Affinität zur Malerei und nutzte die Gelegenheit. Während seiner Theaterbemühungen tauchte Bronson ins Schauspiel ein und wählte es schließlich als seinen Beruf. In den späten 1940er Jahren, als Charles Bronson mit den Herausforderungen einer jungen Schauspielkarriere zu kämpfen hatte, teilte er sich eine Wohnung in New York City mit dem damals unbekannten Jack Klugman, später berühmt für seine Rollen in Die Zwölf Geschworenen, Ein seltsames Paar und The Twilight Zone. Klugmann, der sich an ihr gemeinsames Zuhause erinnerte, enthüllte, dass Bronson trotz seines kämpfenden Schauspielerstatus eine unerwartete Vorliebe für Sauberkeit zeigte und überraschend ein versierter Bügler war, es könnte das Drehbuch für eine klassische Komödie sein. Aber der Grund für Bronsons akribisches Verhalten bag nichts Amüsantes. Als Charles Bronson in den 1950er Jahren mit den Herausforderungen einer aufstrebenden Schauspielkarriere konfrontiert war, stieß er auf eine dunkle Ära, die eine Namensänderung zu Bronson erforderte. Die 1950er Jahre brachten die McCarthy-Ära und die damit verbundene rote Angst mit sich, angeheizt durch den Eifer von Senator Joe McCarthy, der antikommunistische Hexenjagden auf Linke und Osteuropäer auslöste. Um diese tumultartige Zeit zu überstehen, sah Bronson es als unerlässlich an, seinen litauischen Nachnamen abzulegen, doch diese Namensänderung kratzte lediglich an der Oberfläche der eigenartigen Längen, zu denen Bronson ging, um seinen Weg zum Ruhm zu bahnen. Jeder Schauspieler hat eine einzigartige Geschichte, wie er seine erste Filmrolle ergatterte, und Charles Bronsons Erzählung hebt sich als besonders exzentrischer vor. In seinen frühen Kämpfen gab Bronson sein Debüt in dem Film Du bist jetzt in der Marine aus dem Jahr 1951 basierend auf einem ungewöhnlichen Talent der Fähigkeit, nach Belieben zu rülpsen. Während diese Fähigkeit ihm die Rolle sicherte, reichte es nicht aus, ihm eine Filmkredit für seine Bemühungen zu verdienen. Im Jahr 1954, während der Dreharbeiten zu Vera Cruz in Mexiko einer Geschichte amerikanischer Revolverhelden, die in mexikanisch-französische Konflikte verwickelt sind, Ritten Bronson und sein Co-Star Ernest Borgnein, noch als Old West Gesetzlose mit Requisitengewehren gekleidet, vom Set in die Stadt. Unwissentlich standen sie vor einem beängstigenden Vorfall. Als sie auf mexikanische Behörden trafen, die mit dem Film nicht vertraut waren, fanden sich Bronson und Borgnein unter Waffengewalt festgehalten, bis ihre Identitäten überprüft werden konnten. Als Old West Gesetzlose zur falschen Zeit gekleidet, wurde ihr Abenteuer zu einer unerwarteten Konfrontation. Trotz seiner späteren Triumphe im Film stand Charles Bronson als einer der Spätentwickler Hollywoods da. Seine Durchbruch-Nebenrolle in die glorreichen Sieben materialierte sich im Alter von 39 Jahren und sein Status als US-Filmstar festigte sich mit dem Erfolg von Ein Mann sieht Rot im Alter von 53 Jahren. Obwohl er auf Filmsetz für sein introvertiertes Wesen bekannt war, pflegte Bronson eine dauerhafte Freundschaft mit dem legendären Steve McQueen. Bei der Zusammenarbeit in drei Filmen spielte McQueen eine entscheidende Rolle bei Bronsons Namensänderung. Als sie zusammenfuhren, entdeckte McQueen ein Straßenschild mit Bronson und schlug es prompt als neuen Nachnamen für seinen Freund vor. In gesprengte Ketten porträtierte Bronson bemerkenswerterweise Danny, bekannt als der Tunnelratte, einen Experten für das Ausgraben von Tunneln aus kriegsgefangenen Lagern, obwohl er unter Platzangst litt diese Rolle resoniert tief mit Bronsons persönlicher Geschichte. Nachdem er im Zweiten Weltkrieg gedient hatte und einen erheblichen Teil seines frühen Lebens unter Tage in den Minen verbracht hatte, was zu seiner Platzangst beitrug. Trotz seiner robusten äußeren Erscheinung stellten die Dreharbeiten der Tunnelsequenzen eine herausfordernde Aufgabe für Bronson dar. Charles Bronsons Aufstieg zum Ruhm folgte einem verschlungenen Weg und erreichte seinen Höhepunkt in den USA in seinen 50 Jahren. Doch lange bevor diese inländische Anerkennung erfolgte, hatte er bereits internationalen Ruhm erlangt. Interessanterweise wurden Filme wie die glorreichen Sieben und gesprengte Ketten, die in den USA als Kassenflops galten, in Europa und Japan als massive Erfolge gefeiert. Bronsons filmische Laufbahn fand auch dann Nahrung in der ausländischen Anerkennung, wenn seine Unternehmungen in den USA keinen Gewinn abwarfen. Jenseits des finanziellen Erfolgs verwandelte er sich in einem Idol der Verehrung im Ausland. In Italien erhielt er den Spitznamen 2 Brutto, während er in Frankreich als einer der Monstres Sacres oder umgangssprachlich als nationale Ikone gefeiert wurde. Während er Härte auf der Leinwand projizierte, spiegelte Bronsons Persönlichkeit abseits des Bildschirms eine noch unerbittlichere Haltung wider. Seine Zeit im US Army Air Corps während des Zweiten Weltkriegs zeigte seinen Mut. Er diente in der 760 TH Flexible Gunnery Training Squadron und der 61 SD Bombardment Squadron und absolvierte über 25 Einsätze gegen die Japaner, wofür er das Purple Heart für erlittene Verletzungen erhielt. Die Einführung von Charles Bronson und seiner zweiten Frau Jill Irland fand 1963 während der Dreharbeiten zu gesprengte Ketten statt. Interessanterweise war der Auslöser für ihr Treffen Irlands damaliger Ehemann und Bronsons Co-Star David McCallum. Bronson drückte sogar scherzhaft seine Verliebtheit in Ireland aus und verkündete MC Callum, ich werde deine Frau heiraten. Der Scherz, wie sich herausstellte, wurde zur Realität. Jill Irland, Bronsons häufigste Filmpartnerin, war auch seine zweite Frau. Ihre Vereinigung im Jahr 1968 fiel mit ihrer ersten Zusammenarbeit im Film Villa Rides zusammen. Trotz ihrer tiefen Liebe endete ihre gemeinsame Reise im Jahr 1990, gekennzeichnet durch Irlands langwierigen Kampf gegen Krebs. Ein filmisches Juwel in Bronsons Repertoire ist das Dreckige Dutzend, ein Film aus dem Jahr 1967, der Soldaten des Zweiten Weltkriegs zeigt, die mit Hinrichtung oder Gefängnisstrafe belegt wurden und eine unüberwindliche Mission erhalten. Trotz des großen Erfolgs des Films war Bronsons Erfahrung am Set nichts weniger als grässlich. Berichte liegen nahe, dass er verärgert war, als der Hauptdarsteller Lee Marvin verschwand, um Alkohol zu trinken. Außerdem bestand er darauf, seine Haare nicht zu schneiden, bis ihm mit rechtlichen Schritten gedroht wurde ein unerwünschter Scherz, Der sich auf seinen Größenunterschied zu größeren Co-Stars konzentrierte, ärgerte ihn zusätzlich, was ihn dazu brachte, die Vorstellung zur Hälfte zu verlassen, weil er die Action-Szenen als übermäßig brutal empfand. Die Legende der Spaghetti-Western von Clint Eastwood ist ein kinematografisches Märchen, doch sie entfaltet sich anders durch Charles Bronson. Sergio Leone nährte sich zunächst Bronson für die Hauptrolle in Für eine Handvoll Dollar, nur um mit einer vernichtenden Einschätzung zurückgewiesen zu werden. Das schlechteste Drehbuch, das ich je gesehen habe, trotz dieser Ablehnung arbeiteten Bronson und Leone am Film Spiel mir das Lied vom Tod. Aus dem Jahr 1968 zusammen, was den Regisseur dazu veranlasste, Bronson als den besten Schauspieler, mit dem ich je gearbeitet habe, zu bezeichnen. Häufig verkörperte Charles Bronson raue, rätselhafte oder vage skizzierte Persönlichkeiten, Männer der Tat, die Taten über Worte bevorzugten. Diese bewusste Wahl von Bronson gewann an Bedeutung, als seine Karriere voranschritt. Bekannt für seine lakonische Natur hegte Bronson eine Abneigung dagegen, seine Filme anzusehen, und äußerte Verachtung gegenüber Interviews. In seinen eigenen Worten, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, versuche ich mich sogar zu verstecken. Bronsons Meisterwerk Ein Mann sieht rot wurde für angeblich die Bewaffnung von Selbstjustiz kritisiert. Entgegen den Kritiken glaubte Bronson fest daran, dass der Film die entgegengesetzte Botschaft vermittelt. Selbst als sein Agent ihn vom Projekt abriet, behauptete Bronson unerschütterlich, dass der Film gegen das sprichwörtliche Auge um Auge argumentiert, im Einklang mit seinem Leitspruch. Die Hauptrolle in Ein Mann sieht rot war ursprünglich an Charles Bronsons ehemaligen Co-Star, Henry Fonder, gerichtet, der das Drehbuch als abscheulich empfand und ablehnte. Regisseur Michael Winner wandte sich daraufhin an Bronson, der eine enthusiastischere Antwort erhielt. Angeblich sagte Bronson, ich würde es gerne machen. Als Winner um Klärung bat, antwortete Bronson Humorwoll, nein, ich würde gerne Räuber erschießen. Ein Höhepunkt sowohl des kritischen Lobes als auch des Kassenerfolgs für Bronson war der Film Straßen der Nacht von 1975. Trotz seines Alters von 53 Jahren während der Produktion übernahm Bronson, in außergewöhnlicher körperlicher Verfassung, die meisten seiner Stunts in der Rolle eines Boxers. Regisseur Walter Hill enthüllte, dass Bronson für den Film fast eine Million Dollar verdiente, was angesichts der Produktionskosten von zwei bis vier Millionen Dollar fast 30 Millionen Dollar an den Kinokassen einbrachte. Die anhaltende Rentabilität des Films führte dazu, dass Hill auch 2009 weiterhin finanzielle Erträge beanspruchte. Während der Großteil seiner Schauspielkarriere wurde Bronson von Agent Paul Kona vertreten. Bei seiner Unterzeichnung mit Kona versprach Bronson angeblich, seinem Agenten einen Rolls Royce zu schenken, wenn er bedeutenden Erfolg erlangen würde. Wortgetreu erfüllte Bronson dieses Versprechen, als seine Karriere in die Höhe schoss. Trotz des Triumphs von Straßen der Nacht sah die Produktion des Films erhebliche Turbulenzen. Co-Star James Coburn soll unzufrieden darüber gewesen sein, dass er Bronson den Vortritt lassen musste, trotz ihrer früheren Zusammenarbeit. Diese Unzufriedenheit wurzelte anscheinend in Bronsons aufstrebendem Ruf als B-Movie-Star. Zusätzliche Unruhen entstanden am Set von Straßen der Nacht, als Regisseur Walter Hill die schauspielerischen Fähigkeiten von Bronsons Ehefrau, Jill Ireland, kritisierte. Entrüstet über diese Kritik, weigerte sich Bronson, Hills Hand zu schütteln und lehnte anschließend weitere Zusammenarbeiten ab. Einige Filmhistoriker spekulieren über einen seltsamen Grund für Bronsons Handlungen und verbinden sie mit seiner Abneigung, Hände zu schütteln. Während seines Lebens mit Bronson Hände drücke, die oft als Arroganz missverstanden wurden. In Wahrheit resultierte dies aus einer Angst vor Keimen, die durch seine Abneigung gegen Infektionen angetrieben wurde. Einige spekulieren, dass Bronson möglicherweise unerkannte Zwangsstörungen hatte, obwohl Sicherheit uns entgeht. Charles Bronson teilte sich die Leinwand mit dem renommierten Hollywood-Filmemacher und Schauspieler John Huston im Action-Abenteuerfilm Flucht nach Athena von 1975. Nach der Zusammenarbeit verglich Huston Bronson berühmt mit einer Handgranate mit gezogenem Stift. Doch am Set von Der Mann aus Virginia könnte man sagen, dass die metaphorische Granate tatsächlich explodierte. Während der Dreharbeiten zum Film Der Mann aus Virginia von 1974 sorgte Bronson für Aufruhr, indem er die gesamte Filmcrew verärgerte in schlechter Stimmung, verschlimmert durch die Produktionsverzögerung am ersten Tag, rief Bronson angesichts eines verspäteten Transportlastwagens mit Autos aus, wisst ihr, was dieses Unternehmen braucht? Es braucht einen europäischen ersten Assistenten und eine europäische Crew. Diese abwertende Bemerkung verbreitete sich schnell, was Regisseur Richard Fleischer zwang, einzugreifen und die Crew von einem Massenexodus abzubringen, auch wenn sie weiterhin involviert waren, hegte die Crew eine anhaltende Gräuel gegen Bronsons verächtliche Worte. Bronson kämpfte ein Leben lang mit der Angst vor Feuer, die bedeutende Entscheidungen wie die Unterkünfte während der Dreharbeiten zu Ein Mann sieht Rot im Jahr 1974 beeinflusste. In einem Versuch, das wahrgenommene Risiko zu mindern, arrangierte er für sich und seine Familie, in Hotelzimmern zu bleiben, die niemals über den zweiten Stock hinausgingen, getrieben von der Überzeugung, dass höhere Stockwerke die Gefahr im Falle eines Feuers erhöhten. Trotz seines doischen Images stand Bronson als einer der erfolgreichsten Schauspieler seiner Ära, da Produzent Walter Mierisch enthüllte bei dem Film Mr. Matchstick von 1974 Bronsons lukrative Entlohnung und sagte, Charlie verdient 20.000 Dollar am Tag für eine sechstägige Woche, plus 10 Prozent vom Nettoerlös, plus 2.500 Dollar Taschengeld pro Woche bei seinem nächsten Film wird er wahrscheinlich noch mehr verdienen. Angesichts seiner großen Familie kann man davon ausgehen, dass Bronson diese beträchtlichen Schecks sinnvoll einsetzte. In einer unerwarteten Wendung äußerte Bronson ein starkes Interesse daran, Superman Ende der 1970er-Jahre zu spielen. Bei der Audition für die Rolle in Richard Donners Film, trotz seines Alters von Mitte 50, verlor Bronson die Rolle nicht aufgrund seines Alters, sondern weil er als zu irdisch angesehen wurde. Eine einzigartige Perspektive, wenn man bedenkt, dass Superman außerirdische Ursprünge hat. Entgegen seinem Schweigen über die tieferen Nuancen seiner Filme wich Bronson, bekannt für seine Loyalität gegenüber regelmäßigen Mitarbeitern, nach der Veröffentlichung von Ein Mann, sie droht drei von der Tradition ab. Nachdem er das fertige Produkt gesehen hatte, das zusätzliche blutige Aufnahmen enthielt, die von Regisseur Michael Winner in Bronsons Abwesenheit gedreht worden waren, endete die Partnerschaft zwischen den beiden. Im Gegensatz zu seinem verschlossenen und stoischen öffentlichen Image teilte Bronson gelegentlich Anekdoten über seine angeblich raue Vergangenheit mit Journalisten, in denen er Faustkämpfe mit Festnahmen wegen Körperverletzung und seine Fähigkeiten im Messerwerfen schilderte. Diese Geschichten stellten sich jedoch später als falsch oder übertrieben heraus. Bronson war nie inhaftiert worden, und außerhalb der Filmsätze hatte er keinen Ruf als wüterig, was zum Mythos um seine Bildschirmfigur beitrug. Charles Bronson befand sich in der einzigartigen Position, eine filmische Darstellung seines eigenen Lebens zu erleben, eine Situation, die als glückliche Fügung oder unglücklich betrachtet werden kann nach dem Tod seiner zweiten Frau, Jill Ireland. Im Jahr 1990 dienten ihre Memoiren als Inspiration für einen Film Jill Kleberg übernahm die Rolle von Ireland, während Lance Henriksen Bronson spielte. Als der Film jedoch in die Kinos kam, widersprach Bronsons Reaktion den konventionellen Erwartungen. Während viele Menschen bewegt wären, einen Film zu sehen, der den tapferen Kampf ihrer verstorbenen Ehefrau gegen Krebs zeigt, teilte Bronson dieses Gefühl nicht. Seine Unzufriedenheit mit der Adaption erreichte solche Höhen, dass er sogar erwog, rechtliche Schritte gegen die Filmemacher einzuleiten. Mehr als acht Jahre nach dem Verlust seiner zweiten Frau im Jahr 1990 ging Bronson eine dritte und letzte Ehe ein. Kim Weeks, die Bronson durch ihre Zusammenarbeit mit seiner zweiten Frau, Jill Ireland, an Hörbüchern kannte, wurde seine dritte Frau. Ihre Verbindung hielt fünf Jahre, bis zu Bronsons letzten Tagen. Die Welt der prominenten Fandoms bringt oft eigentümliche Bewunderungsgeschichten mit sich, aber diese besondere Geschichte sticht heraus in den 1990er Jahren erfuhr Charles Bronson, dass eine Frau, ihm völlig unbekannt, aber eine leidenschaftliche Bewunderin seiner filmischen Unternehmungen, ihm ihr gesamtes Vermögen von über eine Million Dollar in ihrem Testament vermacht hatte. Vorhersehbar klagte ihre Familie gegen diese unerwartete Wendung, was zu einem Rechtsstreit führte, der mit einem außergerichtlichen Vergleich endete. Während seines Lebens übernahm Bronson die Rolle eines Vaters für sieben Kinder. Unter ihnen waren drei Stiefkinder von seiner zweiten Frau, Jill Ireland, zwei wurden von seiner ersten Frau, Harriet Tendler, geboren, eines war sein leibliches Kind mit Ireland, und eines wurde während ihrer Ehe adoptiert. In der späteren Phase seiner glanzvollen Karriere kämpfte Charles Bronson mit der Frustration, dass er konsequent auf aggressive B-Movie-Rollen festgelegt wurde. Dieses Dilemma fand einen Durchbruch, als er für Sean Penns Regie-Debüt von 1991, The Indian Runner, von der vertrauten Form abwich Bronsons unerwartete, nuancierte und ruhige Leistung überraschte Filmkritiker bedauerlicherweise traf The Indian Runner. Trotz der Anerkennung auf Enttäuschung an der Kinokasse und markierte Bronsons letzten kinematografischen Beitrag. Trotz seiner beträchtlichen Erfolge im Bereich der Schauspielerei, sei es in der Kritik oder im kommerziellen Erfolg, wurde Charles Bronson im Bereich der Film-Avads weitgehend übersehen. Für seine glanzvolle Karriere sicherte sich Bronson nur drei Auszeichnungen und erhielt zwei Nominierungen. Unter diesen Anerkennungen befand sich ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Eine weitere war eine Nominierung für den Primetime Emmy im Jahr 1961, und die dritte manifestierte sich als Henrietta Award bei den Golden Globes für den Lieblingsweltfilm mit einem interessanten Twist, denn er musste sich die E. Jenseits seiner harten Männerrolle auf der Leinwand hegte Bronson eine sensible Seite und eine Leidenschaft für Kunst, insbesondere für Malerei der renommierte Filmkritiker Roger Ebert bemerkte, dass Bronson mehr Freude daran fand. Über seine künstlerischen Bestrebungen als über seine Schauspielkarriere während Interviews zu sprechen in einer einzigartigen Wendung entschied sich Bronson, seine Identität in der Kunstwelt zu verbergen, indem er seinen ursprünglichen Nachnamen Buchinski verwendete die Strategie erwies sich als erfolgreich und ermöglichte es ihm, mehrere Gemälde allein aufgrund der künstlerischen Qualität zu verkaufen, losgelöst von seinem prominenten Status. In einer eigenartigen Note des Ruhms hatte einer von Bronsons merkwürdigen Ansprüchen auf Berühmtheit wenig mit dem Schauspieler selbst zu tun. Der selbsternannte berüchtigste kriminelle Großbritanniens, ursprünglich Michael Gordon Peterson, übernahm den Namen Charles Bronson, um sich mit dem beeindruckenden Hollywood-Star zu identifizieren. Am 10. Dezember 2019 80 lag ernsthaftes Sternenstaub in der Luft, als Bronson und seine damalige Frau, Jill Ireland, bei einer glanzvollen Zeremonie auftraten. Der Anlass? Bronson sicherte sich seinen eigenen Stern auf dem ikonischen Hollywood-Walker-Fame. Du kannst darauf wetten, er ist immer noch da und markiert sein Territorium auf dem 69 Ein-Hollywood-Boulevard. Der sengend heiße Sommer 98 und unser Mann Bronson, noch nicht bereit, in den Sonnenuntergang zu reiten, stand einem anderen Showdown gegenüber. Er musste sich einer Hüftoperation unterziehen und zeigte uns, dass er mehr bewältigen konnte als nur Action auf der Leinwand, aber leider markierte dies den endgültigen Abschied von seiner Schauspielkarriere. Alle Gesundheitsprobleme häuften sich, und im Alter von 81 Jahren, am 30. August 2003, verabschiedete sich Bronson zum letzten Mal. Die Aufzeichnungen bezeichneten den Abgang als eine Mischung aus Atemversagen und metastasierendem Lungenkrebs. Und so trauerte Hollywood an diesem schicksalhaften Augusttag 2003 um den Verlust eines wahren Ikons. Charles Bronson, der Mann, der uns mit seinem Talent, seiner Härte und seinem unbeugsamen Geist auf der Leinwand bereicherte, hinterließ uns ein Erbe, das nicht nur in Beton, sondern auch in den Herzen von Filmfans weltweit verankert ist. Letztendlich mag Hollywood einen Star verloren haben, aber die Magie von Charles Bronson lebt weiter. Der Walker-Fame ist Zeuge und verewigt einen Mann, der uns mit seinem Talent, seiner Härte und seinem unbeugsamen Geist beschenkte. Untertitelung des ZDF, 2020